Moin! Moin! Alles gut? Ja! 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 Alles gut, ja! Danke! Danke! Und du bist wieder! Ihr habt einen Querscher? Ihr habt noch nicht mehr gesehen? Jaaa! 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 мотри mal boy! Jaaa! Ja! Jaaa! Man어� CTR! Jaaa! 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 sehr gut! So, jetzt ist es fertig. Neuer Pippe! Neuer Pippe! Hab ich gesagt? Auf 2.040. Neuer Pippe! Ja, nein! Nicht klein, aber... Ich bin nicht süß. Ja... Ja... Geht gedauert! Neuer Land, das Cabo, voll immer wieder. Krasse! Zwei schöne Barsche. Ich bin richtig spannend. Richtig cool. Mein neuer Pippe und ein schöner Fisch. Perfekt Anfang heute. Oh ja! Oh nein! So 40 Barschballon! Aber ich habe die 7cm Cabo. Das ist mein Mann. Ja. Aber heute... Die Fische sind mehr aktiv. Oh ja! Haha! Wieso? Ja, komm rein! Ja! Oh ja! 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 Vertriebewein! Vertriebewein! Noch große! Und hier ist noch eine 2.040. Wow! Wow! Aber es ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Oh, das war so. Oh, der ist schon so. Ich bin in der Dörste. Ja. Du bist schon. Du bist schon. Du bist schon. Du bist schon. Und dann komm wieder. Ja. Du bist schon. Jopp! Wow! Bravo! Oh ja! Das ist die Otaf hier! Jopp! 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 Paul Krug! Jopp! 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 Oh! Oh! Es ist ein wow! Wow, ja! Wow, ja! Oh ja! Na gut! Oh man, das ist schon mal! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Noch ein Dicke! Hoch, fünf! Oh, ja! 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 Tolle Zeit! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Das ist ein guter Fisch! Das ist ein guter Fisch! Das ist ein guter Fisch! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Das ist ein guter Fisch! Huh, ja! ... und rein... ... und rein... ... und ja... Das war gut. Ja, hey. Ja, Petri, mein Mann. Quick Relief. Dennis? Ist es fertig? Fertig. Wie war heute? Ja, gut. Ganz gut, morgen früh. Dicke Barsche. Überflüssig. Super. Nachmittag. Nachmittag, viel Wind. Kalt. Zwei kleine Hechte. Zwei kleine Hechte. Kein Zander. Leider nicht. Aber Barsche gut. Ja, das war gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked und abonniert euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Linke.